Wir sind Dark Web. Sie können uns nicht aufhalten. Das ist erst der Anfang. Es begann alles mit einer kleinen Immigrantenfamilie. Das bin ich, Alex Dernilock. Die kostet 15.000 Dollar. Okay? Ich gebe sie Ihnen für 10. Mom, hey, was ist los? Ich bin arbeitslos und wir verlieren unser Haus. Nein, ich kann das wieder reinholen. Ich hasste die Bank, die meine Mom gefeuert hat. Ich wollte diese Grenze nicht überschreiten, aber korrupte Banken sollten bestraft werden. Ist wohl ein harter Tag. Sorry, kenne ich dich? Ich will vielleicht eine Uhren kaufen. Ich hoffe, dass Sie die Qualität des Produktes zu schätzen wissen, das ich Ihnen anbiete. Wie viel wollen Sie? 200. Wir haben etwa 60 Riesen verdient. Das ist deine Hälfte. Alleine sind wir nur zwei Kerle. Ein Mädchen kann immer helfen. Okay, wenn wir einen Weg finden, wie wir Geld verdienen können und Chaos verbreiten. Stimmt was nicht. Ich habe ein Problem hier. Können Sie einen Kommentar zur aktuellen Marktlage abgeben? Wir setzen nirgendwo Zeichen oder schaden den Finanzmärkten. Wir machen einfach nur Geld. Und was willst du tun? Ich will etwas Chaos anrichten. Geld ist Macht. Es geht nicht immer nur ums Geld. Wir haben hier was Gutes am Laufen, Mann. Die können doch was tun! Nein, Sie können nichts tun, Alex! Ich brauche dich hier, okay? Wollen wir dem System ein Zeichen setzen, müssen wir uns in Dollar und Cent ausdrücken. Wir verklagen Sie wegen Einbruchs in Sicherheitssysteme, Cyberterrorismus und einer Verabredung zum Kreditkartenbetrug auf Bundesebene. Geld ändert Menschen nicht. Es entlarvt sie.